Hallo zusammen, wir begrüßen euch zum nächsten Trailer am 26.01.2021. Ja, ich bin mal wieder mir ein bisschen untreu geworden. Diesmal im Grunde nur, ja, es sind nur Spiegel drin in diesem Hauptfilm. Aber das ist das Highlight, diese Superrede von dem Dr. Heinrich Fichtner. Ja, könnt ihr dann schauen, hören bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WEC News TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.